so hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft aura pvp ich bin anscheinend vorher bodycrasher weil hier gerade ein ich habe glaube ich wieder ein team auseinander gesprengt weil in dem moment als ich gejoint bin hat einer gelieft hier sind extrem viele teams unterwegs und ich bin diesmal bin ich pixel wolf ich habe ja schon ein paar mal versucht pixel wolf zu sein aber der hat mir bis jetzt noch kein glück gebracht das können wir das denn nicht besonders viele pvp events gewonnen hat aber ein paar hat er ja auch gewonnen das wundert mich ein bisschen also es lag nicht daran dass er pixel wolf war komm stimpi so wirst du mich nicht besiegen du hast nicht genug wut in dir wut wut noch komm hoch komm 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 wie kom dann schön na so nicht so das war zu weit ja das war nicht weit genug es sind schon nur noch neun verbliebene pdf easy ja gut so spielen wir hier also heute Nein, 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 das ist mein Laden da oben. Au. Ja. Ich geh mal eben. Tschüss. Ich hatte eben gerade eine sehr gute Runde. Aber das war irgendwie dann nicht wert, dass man die hochlädt, weil das sehr viel im Kreis Gerenne war mit einem und demselben und die ganze Zeit auf die Fresse hauen. Und jetzt geh ich mal hoch zu GLP, das war gerade richtig die Verschwendung meiner Schneebälle. Sage ich, während ich noch Schneebälle werfe, kann man sich selber mit Schneebällen treffen? Egal. Oh Mann. Ich sollte vielleicht aufhören, die Leute-Liste einzublenden, aber ich behalte das gerne immer im Auge. Crazy Man, Mr. Easy, ne? Mr. EZ ist tot. Schade. Oh, ich muss weg. Ach, der ist auch tot. Ah, der ist auch drauf gef... Ey, was machen die denn da alle? Hier fallen Leute vom Himmel. Mir fallen gerade alle auf dem Kopf. Was macht ihr? Was zur Hölle machen die denn da oben? Ich geh mal hoch. Ich glaube, das war Verschwendung einer Ender-Perle. Oh nein. Ich will nicht unten spawnen. Okay, ich geh wieder raus. Oh, Fail. Ich will mir einfach alle Spieler auf den Kopf gefallen. Sie sind gerade so. Jetzt leben nicht mehr viele. Ich will mir einfach alle auf den Kopf fallen. Ich habe noch volle Rüstung. Oh, was war das? Habe ich auch eine Ender-Perle? Da habe ich ganz viele gekriegt. Ich meine jetzt eigentlich... Oh, da vorne sind einige Ender-Spieler. Oh, eine ist glaube ich gerade in den Lava reingeflogen. Kommt dem einfach mal ein Creeper hinterher. Na, Mr. Sashi? Und Mrs. Tiffy? Oh, fuck. Ich geh in die Ecke. Tschüss. Uiuiui. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Ey, wie der nicht fliegt, ne? Der dreckige Drecksack. Wie der einfach nicht geflogen ist. Was war das? WTF? Was war das? Habt ihr das auch gehört? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Und... Alter, der backt sich mal eben durch die Gegend. Wie der einfach nicht fliegt, der blöde Bastard. Tschüss. Nein, 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 nein. Ich geh mal eben... Ich will nicht brennen, ich will nicht brennen, ich will nicht brennen, ich will nicht brennen. Schön. Jetzt muss ich nur nochmal von Event kommen, auch. Nein, 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 hier möchte ich auch nicht sterben. Hallo? Bist du, will mal aufhören? Bastard? Vertrete ich dir jetzt in die Fresse. So. Was ist das für Geräusche? Was ist das für einer? Alter, da kriege ich mir auch einen Krebs von. Das tut mir dann natürlich für euch leid, wenn ihr... Ich weiß nicht, wie laut das für euch sein wird. Ich hoffe aber mal nicht zu laut. Alter, war das fies. Dieser Sashi. Was ist das für ein Geräusch gewesen? Was der macht? Schade, dass es hier kaum Bäume gibt. Oh. Ich will einfach alle ihre Apfel... Apfel genommen. Ihre Äpfel gegessen haben. Jetzt ist er weg. Tschüss, mein Freund. Na? Hat er sich noch gerettet? Ja, er ist noch dabei. Oh, jetzt nicht mehr. Gut. Jetzt kann ich wissens in der Etage unter mir gucken, ob er da wieder Teile verloren hat. Aber, ne, ich glaube, da, wo ich eben gerade stand, gab es keine Etage unter mir. So. Alter, wie der nicht fliegt, ne? Was ist das? Das muss doch irgendwie... Das geht doch nicht mit rechtem Ding zu, was der da macht. Der fliegt nicht und es macht irgendwelche komischen Geräusche, wenn man ihn schlägt. Also, ich will da ja nichts unterstellen, aber irgendwie macht mir das ein bisschen Sorgen. Hören Sie mal auf, einen zu hacken, mein Freund. Und selbst wenn es keine Hacks sind, was der Hölle machst du denn? Das ist nämlich so heftig hackt, äh, hackt, genau. Hittet, das ist ja auch nicht normal. Also, boah. Also entweder ist das voll der Ping-Player oder ich habe irgendwas verpasst. Genau, der kann während des Essens zuschlagen oder was. Was zur Hölle macht der denn? Da geht doch irgendwas mit dem rechten Ding zu. Alter. Alter. Dreckiger Hacker. Das gibt es doch nicht. Ich habe jetzt leider meinen Goldabfall auch noch verschwendet. So richtig dumm. Hä? Ich habe ihn getötet? WTF? Äh, W-W-WTF? Ähm, ja. Ich verstehe es jetzt gerade nicht, weil das richtig komisch war. Aber ihr seht es ja auch in der Folge. Wenn ihr wisst, ob das einfach nur ein Bug war oder ob das irgendwas komisches von ihm war, dann sagt mir Bescheid in der Videobeschreibung. Hör was da hin. Ich habe ihn doch gerade noch gehört. Hallo. Au. Das ist gerade mein Tod, glaube ich, dass ich hier oben hingehe. Hallo. Ich dachte, du wolltest zu Simon Zaus. Hier. Hallo. Hallo. Über dir. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich will so nicht sterben. Oh, fuck. Lol. Oh. Au. Ne, ne, ne. So sterbe ich nicht. Können wir die zusammenlegen? Ja, auf den 16er Stack. Schön. Ich muss jetzt gerade erst mal reggen. Was habe ich denn noch an Rüstung? Oh, alles wieder voll. Das ging aber schnell. Hallo da oben. Hab dich gesehen. Hallo. Ich muss aber eben gerade erst recken. Ach, das ist wieder so einer mit Angeln hitten. Da gibt es einige. Die können das echt gut. Hatte ich eben gerade einen von. In der Runde. Der hat mich immer gehittet mit der Angel. Und dann, äh... war ich wieder, bin ich wieder entkommen. Oh. Ne, dann hat er mich erst mit der Angel gehittet und dann mit dem anderen Scheiß. Na komm. Was machst du jetzt, hm? Oh. Das war sehr knapp. Vielleicht zu knapp. Scheiße. Ich muss gerade mal eben fliehen. Und zwar muss ich nämlich ganz dringend ins Wasser. Das war knapp. Ja. Ich spiele gerade richtig dumm, habe ich das Gefühl. Ich bin so eigentlich überlegen. Und trotzdem spiele ich richtig dumm. Hallo da oben. Ich sehe dich wohl. Dann treffe ich ihn nicht mal. Oh Junge, ich muss jetzt erstmal eine Runde recken. Kann man eigentlich die durchs Feuer durchwerfen? Ich weiß es nicht. Hallo. Ich verschwende gerade schon wieder richtig Enderperlen, oder? Habe ich das Gefühl. Wird auf jeden Fall eine ewige Runde, wenn es weiter so geht. Und ich will eigentlich nicht so lange dafür brauchen. Komm. Entweder stirbst du jetzt oder ich. Einer von beiden. Oh. Und ich werde es sein. Meine Fresse. Kannst du mal sterben? Dreckiger Drecksack. Will wir jetzt einfach Verfolgungsjagd spielen? Oh. Nein, nein, nein. Da möchte ich nicht raus. Ich sagte, da möchte ich nicht raus. Da kannst du gerne rausgehen. Tschüss. Herrgott, noch eins. Ah, der kann sich genauso retten. Da oben ist er. Da oben war er gerade. Ich habe ihn aber nicht... Ich habe ihn verloren. Mist. 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 Mist, Mist. Befehl, Mist, Mist, Mist. Ja gut, ich warte unten. Ich warte unten auf dich, mein Freund. Komm. Ich wollte eigentlich nicht so lange für diese Folge brauchen, aber... Aber, ne? Komm ich hier denn irgendwie auf dem Rand drauf? Oh ja. Schön. Da oben ist er. Dumm, 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 dumm. Tschüss. Ah, Mann, ey. Das war auch hart. Das war richtig hart. Gut, dass mir so viele Leute auf den Kopf gefallen sind. Okay. Okay. Dann kann ich mich hier auch noch verbrennen, ne? Komm ich hier eigentlich raus? Oh, das ist eine Todesfalle. Cool. Gut, Leute. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ist das只. Und dann soll ich mich hier raus ein, Alles klar? Ja, gut wohl. Na, bih. Ja.